im wenn es zu sagen und erweiterter aber auch nicht um möchte zu noch gehen hoffentlich und wieder nicht drauf wie sich die noch ganz weit hinten parker weil er gebrochiert wird es ist an der Nähe ich ihn mit dem Ausdruck und genug genug probiert haben hey hier in der Warnung sich nicht erhält er sagt nur wo ich lang muss weiß nicht wo es überhaupt der Durchgang hier weil locker muss man da zwei Schalter betätigen das ist auch das mal richtig innovativ um ihn immer so eine Scheiße mit den Scheißdruckplatten was er denn aus sein hier so später Uhrzeit wird trotzdem wo muss ich lang was heißt denn mach jetzt den Overviewer hier die Probe sind hier oben schuldig Ok warte mal erst mal gibt es den Schalter an Arsch und klack 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 klick jetzt jetzt warte warte äh was muss ich machen Leute man ich will sagen so von wo kamst du denn Tim? ja vielleicht bleibst du auf der Druckplatte stehen was? wo kamst du denn? von da hey Taka stell ich mal auf die Druckplatte hast du hier drüben schon? Taka stell ich mal auf die Druckplatte stell ich mal auf die Druckplatte aber doch nicht nach da auf welchen und dann hier rüber irgendwie Taka ach Lacka Da hab ich das gerade sehr schön die Erinnerung aber ich glaub ich ng Gepple ja ich seh das hier auch komplett von vorne darauf kommt man zu tun ist was war was du denn die jetzt ist das Spiel wenn der will jetzt nicht nur das macht den absoluten Fehler gemacht ich glaube du hättest von hier das und so könnte er ist du glaubst mir als du hier war es irgendwie im Moment oder muss ich so von ach so nach da jetzt genau oder vor auch voll schwierig er hat er noch ein bisschen ist an hier hoch momentan hätte ich aber auch genau so gut glaube ich oder hätte ich nicht nur ich weiß nicht die Tücher ich nicht probier mal zu sprechen wie ich kann wenn ich abschütze ich wieder hoch Prozent vorhanden wie es mitteilte durch das ist jetzt nicht so gut zwei Herzen und ein wie kommt ihr hier hoch eigentlich also ja ganz einfach easy easy hier 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 jetzt bist du voll in mir echt egal nix aber allein schon den Sprung der hasse ich so mega er hat jünglos abgebaut ernannt das sind wollen ich erst sagen wenn ich weiß wogemann was nicht auf dem Sonderland das ist das was so tun nein weil ich jetzt geht die wird aufgesprungen ich bin kann nicht doch gespuckt ich in der Zukunft schmied den Schatz durch eine eine finden wir müssen wie sicherer wenn ich gemacht habe und dann rennen kann dann bin ich besser als wenn ich nicht habe und kommen an den Schweren nicht gesprungen ja und gleich weiter zu den Wettbewerb ausgibt in der Stau ab jetzt der einführlich damit sagen okay ich habe dich aus und also mal genug von da damit du nicht runterfällst so gut und der mensch ich auch so wo ich hier für immer schaffe wurde für schwierig ist akka wundervolle nicht für sie wollen dort anlegen wird aber es ist aber ich mache mit hier wo du gerade bist wo muss ich hier nach unten und der Mann sei ein 1 für dich dann direkt weiter hochgeschafft wenn ich durch den Prozess ja ich bin auch im Game-Mode okay bin ich nicht also ich bin jetzt gesprungen und wie ich den Cheetah überholt aber was ist hier das heißt aber es auch werden du bist so vertreten ich kann nicht sprinten oder was? oh egal oh der ist hier nicht voll angenehm dass du hier so viel Versuch hast wie du willst du sprich nicht der Druck Moment muss ich jetzt nach da weil ich glaube sogar nach da ist einfacher ah nee ah doch ach so aber okay okay mach mal stigig weil ich hab nur ich habe solche Sprenger Mann ich mag solche Sprenger und jetzt noch da auch nicht weiter die Führung aber muss man ernsthaft von 9 und so hat es auch geputzt was ist und dann geht die Schössstür auf wir wollen zu gewonnen ich bin noch nicht 24 ist hier klar oh Creeper Hilfe also aber haben wir es trotzdem geschafft ne wir müssen ja auch noch ah ja okay doch was hat man hier? gar nix? alles klar ja ja gar nix da muss ich schon und dann glaube ich ja klar und zwar hier vielleicht ja und dann auf Gold oh Emerald wei hat das nicht so weggeschubst ich bin schon wieder hochschusslich und nur ein bisschen mehr Sprung und er möchte keine Adventure Moms machen was mir unbegraflich ist wer sagt ich in der Kurs für den Schwerer sehen das ist langweilig was denn ach so stimmt ja was machen wir gerade das ist eine Jump'none Scheiße hier im Sohn er hat man aber hat er kann nicht ich finde den Schmerz der Halbdorfer reißen diese Kuhlur zum und aber ich habe auch nicht so viel Spaß und im Punkt der Beschläge noch also aber was ist das was ich gesagt habe verheiratet was was ich gesagt habe ist stehen hallo Prozent müssen wir tun was wir zu machen wir hätten ihn mit dem anderen zeigen dürfen das stimmt schon ich bin eigentlich nicht in der Sache gut steht also was ich damit sagen wollte ist dass man so zu so märz die Brunner zu drum rätseln muss und erst mal eine halbe Stunde darum steht und zu überlegen wie es geht das mit der Versorgung sein und er wird verkraften er hat das geht nicht der Sprung mit oder möglich wirklich ich finde doch das sind vierte Schapen Lerner das haben wir an und besser schaffen oder über die Linke rechts ist und ich bin wenn wir jetzt die Fasselbeilten ja schon nur so gut er die Rübe als wenn Tag hat es geschafft hätte mit die Trintheit die er das habe ich geschafft nur bis zu dem Sprung wo er seitdem nicht er eben weil den schafft man nicht das sind es nur fünf Blöcke hier ihr werdet die Truhen aus den Minecraft 1 und dann fahre ich einfach so das ist ein bisschen ich mir schub 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 wieder aber nicht mehr das anschieben und der Kölner sich zu holen durch ein Torbomber vor dem Lied ja ich finde ich bin es da haben wir in welches Lied ich finde ich bin nicht so geil nein ich weiß nicht auch was ich der Tag er sagt mir zufrieden hier wo muss man langen guck mal hier auf die Urteilung so an das könnte gehen 1 2 nee sind auch so genau so viel und ich glaube das ist irgendwas hier mit der Seite zu tun und das kann sogar sein da könnte es oder so machen man nicht das machen oh ja stimmt der Button ja hm was hat er gemacht? doch was passiert? was passiert? hier drück nur mal ok Arschloch los warte dann sieht er hinterher das Westzaun war zu spät ja ist er zu spät ja keine Ahnung was ich eigentlich nur sagen ey ich lass mal wo es ist wir sollten das schaffen ey oh nein ihr seid zu schlecht gut oh man ganz und vorne hey ist das doch nicht weit hm doch ich finde die Map jetzt nicht so geil oder so das Level hier nicht richtig fat irgendwie nein wie gesagt ich hab dir gesagt warum wie gesagt ich hab dir gesagt wie gesagt ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt warum nicht ich hab dir gesagt ich hab dir gesagt ich werde Trapper ich werde wieder Alter oh nein jetzt bin ich sogar links gegen den Block ich geb den Schubs springen nein halt drauf hier stehe hier einen Schubs da hast du einen Schubs da hast du einen Schubs das zieht jetzt einfach wieder hoch boah so was traust du dich naja finde ich als Kaltseger doch da macht hier auch keine Haltvorbefangen ne ok hier auch jetzt hab ich wieder 60 ich hab das Gefühl dass ich mit 30 nicht richtig spielen kann kann man auch nicht kann man auch nicht kann ich auch nicht das war einfach okay irgendwie hat man das das merken man nur so unbewusst nehmen ich hab mich noch da bei mir läuft es einfach nicht flüssig von Abkürzung eigentlich nicht oh man es gibt es auch nicht hallo 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 nein was das denn gewesen Scherzlampe was ist das denn gewesen ich hab noch was und da auch nicht leider nicht nein die weil ich mir die waren echt schon ich stehe sehr ehrlich zu Papa ich bin ehrlich oh du sagst mal auf Takai hey hey man das gibt's doch nicht uuut uuut oh wie weit ich bin ich zeige jetzt mit dem Homerun ein Homerun um einen Homies zu lügen und Decker ich weiß nicht, ob es hier fertig ist ja, Home Run kommt auch von Homies echt muss ich mich dafür schämen oh, geschafft okay, dann schau ich es auch kurz da war nichts oh, okay rechts oder? okay, rechts okay oh man ne, moment, wo muss ich jetzt lang? hallo, guck mal kurz ich kann nämlich nach unten und dann die Leiter hoch ja, an die Leiter hoch aber die Leiter war das über echt schon oh, das war schwer die Leiter war schwer nein, die war dort schon ach so was macht Taka wieder? hey ne Verlängerung fürs Minecraft bauen oh Gott oh Gott, Taka bauen einfach ignorieren warte, das war ja auch schon, ne? nein, was? das war ja auch schon, ne? ganz sicher also Dig, du brauchst mal die Schienen schnell ne oh, geschafft nice wie gesagt, so viel Spaß heute soll ich anschieben? was ist denn Kohle? welcher ID? Game Mode 1 Kohle hat die Nummer 263 oh, ich muss noch müssen ah oh, da gibt es noch welche oh, und weg mit dir oh, das ist so Spaß oh, das ist so Spaß oh, ich hab meinen fetten Arsch doch vorgestellt oh, 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 oh er hat Arsch gesagt oh, müsste ich mal sehen survival mode zack Wie lang waren die Oh man, das habe ich doch nicht Wie lang waren die Folgen nochmal? 20 Minuten? 15 Minuten? Das frägt du mich Wer hat die hochgeladen, du oder wer? Das habe ich vergessen Zack, so fertig Und dann wären wir auch schon bei der Nummer 17 Warte, warte, warte Das läuft ja hier richtig Ja, richtig flüssig Das geht ja runter wie Wie Kohler Wie Rosenkohl Alter, Rosenkohl ist ekelhaft Der Stegi, der mag ja eher so Spinat nicht Ne, mag ich echt nicht Welch was? Wer mag schon Spinat? Liebe Spinat Ich finde, die dieser So schön grün Zufall Die dieser ekelhafte Blattspinat Der ist so Ja, ich mag auch nur den Raum Spinat Hey, wir waren ja vollfalls, wir hätten auf die Und ich kann noch mal hoch Oh, nice, nein, kann man nicht Nein, kann man nicht Doch, nee, kann man nicht Komm nicht, Mist Oder? Nein, nein, kann man nicht 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 Ich hasse Zäune Allein schon Die Tatsache, dass Zäune so hässlich Also nicht einmal einen Block sind Den mir so aufn Da, okay Aber das Das ist ja selber Wie komm ich jetzt da Oh Gott Er ist voll nervig Oh, weiß ich auch gar nicht Voll nervig, dass mich so rotiv runterfällt Stigi, ja 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 Ich heißt Stigi, okay Ja Oh man, das geht nicht, man Man Taka hast du schon irgendwelche Japano-Mods ausprobiert? Ey, was macht denn das Teil hier? Ach da Japano-Mods bitte Keine Ahnung Aber ich hätt gedacht, die holst du nur direkt oder so Keine Ahnung, so zensierte Bilder oder so Ah, okay If you know what I mean Der war auch ganz cool, ne? Wow, davon ist ja... Oh, das ist völlig schnur Was für eine Melone? Was für eine Melone? Was für eine Melone? Was? Niemand hat Melone gesagt? Hallo Magenmelone gesagt Hä, Pfannenkuchen? Heine Oh ja, ich bin so dumm Entschuldigung Jetzt wo du saß Hm Da war ja was Irgendein Bopper da, ähnliche Schreffel, auch irgendwie geklatscht Weil die Hälfte bist du nicht Guck mal, du musst einfach nicht hochgehen Zack Hör auf Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht Bitte, bitte Bitte Oh, danke Wie geht das? Ich komm ja nie hier Nein, ey, du Assi Ey, was war? Was war? Hab ich das gemacht? Hey, war ich das? Ich dachte, da war ein Windstoß oder so Also Warte, mach mal die Tür zu es zieht Oh, was hab ich? Ich hab das auch schon geschafft Geoff, ich muss gerade nur lachen vor deinem Witz Haha, genau Das ist irgendwie auch abgestrupst Oh, wer ist Spawn'n'n'er Creeper? Da, 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 da Oh man, ja, die Nerven aber Wir verbrennen ja, was ist né los Oh man, ich komm jetzt nicht drüber, aber Snion Hey, Tucker, mach mal bitte weg da erwartet und klatsch ich den halt ich hätte aber da oben sehen müssen hä, war der irgendwie mit dem Seil gespannt, oder war das das schon? das war das schon ey jetzt hab ich wieder nur 30 fps jetzt hab ich wieder 60 das sind voll cool, die sind so Stromkabler jetzt hab ich wieder 30 ja ich will auf jeden Fall die Story echt, muss man mal gucken mit dem Sound weiß ich nicht richtig, wie man das aufnimmt ich komm mal drüber, Alter ich hab schon viermal besucht, nie bitte drüber drüber er hat sich verschlagen du musst so gucken, dass du dein Sound auch irgendwie aufnehmen kannst, aber ich weiß nicht, ob man es da mitmachen kann seine eigene Stimme ich nicht, oder sonst nimmt man auch die City um das, auf jeden Fall zack, geschafft, egal, preislichen Haus oh man, ich komme ich bin nicht mega, oh, ey. den Sprunger habe ich immer geschafft, glaub ich ja, ich springe davon, ich so auch bei der Anpassung beim sollen runterfallen und nur eine treibende ich muss überlichen K so Prozent war das hier schon ein paar Jahre etwa nicht so warum sie zu tun natürlich aus über das lange Sprung Pia um das ja und von hier spiele hier ich kühle mich Mächtig zu mir vorhanden Nö hätte ich auch nicht gemacht weil ich bin ein seriöser Spieler ich weiß nicht so dumm will ich niemals machen Respawni geworben wo bist du überhaupt stehen um um vorhanden Kursburg macht das und die Hälfte mehr zu gar nicht also was ist mit 1 Bohrn dort wurden sie mit dem Anfänger genutzt worden da wurde er da wurde erster Block gesetzt wurde aber auch nicht die Erdbeer solcher Spuren Halt er ich wollte dort wo man sporn die Wurz von der Wurzel und so nicht unten gespawnt auch erst einmal aber das ist gut und ein Runder von dem Mann nicht durch die Hälfte und die Reifen was das Konto beim ersten Mal und nach kurz von Wurden durch die Sprung als Schöne schon für die Führung für seine Seite was machst du denn Stegi? Du nennst vielleicht auf dem Video wurde wieder ab 18 eingestuft ja, aber dann hat er es neu hochgeladen ja, dann hat er wieder so ne Pussy-Weiß-Sohn hochgeladen ja, aber voll komisch, weil keine Ahnung, er benutzt halt Wörter, die jeder andere auch in seinen Videos benutzt ja, dann geht's ja hin! wenn zu lutschen ja und, sowas noch mal? ja, das wird jetzt ab 18 gewertet Stegi und ich weiß ja, wer dafür bezahlen wird ah, Penis darf ich jetzt nicht mehr sagen ne oder ein anderes Wort mit C deswegen kommt das wieder das kommt wieder das kommt wieder nur ein erkennt und schluss oder so zack zack ich bin mir das ist immer so als würde man es schaffen aber dann es wird man einfach aus dem Augenblick sieht wie er beide so hinterher hui